hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von eurer gameplayerin ja in der letzten folge sind wir durch dieses portal hier im hintergrund gegangen was mein kopf so schön erstrahlen lässt das ist irgendwie ein cooles bild und da hat er uns quasi aufgelauert deswegen hören wir mal rein was er von uns möchte der lehrling des gelehrten habt ihr sie gesehen sie hatte die alte schrift von dem nekromanten der verdorrten hand in tavars segen sie sollte nach bergama zurückkehren aber dort ist sie nicht angekommen ich habe sie nicht gesehen warum sollte sie dort sein wir wussten dass schiri glaubte die dritte wer sei hier und dass ihr hier lang kommen würdet daher hofften wir es gibt noch einen anderen ort an dem sie sein könnte aber ich bin zu schwach um die reise anzutreten werdet ihr euch an meiner stadt auf die suche nach schiri begeben was ist so wichtig daran schiri zu finden es geht nicht nur um schiri es geht um den text den sie in tavars segen gefunden hat die gelehrte sorry sagt er muss der verdorrten hand unbedingt vorenthalten werden schiri hat eine vetterin in satakalam nahira bitte ihr müsst nachsehen ob schiri dort ist in ordnung ich werde nach schiri suchen gehen abdankt meine freundin prinz asa sagte ihr seid unverzichtbar jetzt sehe ich warum ihr tut einem alten soldaten mit eurer hilfe einen großen gefallen ich hoffe dass schiri nicht verletzt ist und noch mehr hoffe ich dass nicht wieder schriften von der verdorrten hand gestohlen wurden wie wurdet ihr verletzt ich musste auf meiner reise aus tavars segen viele gefahren überstehen skorpione dünenbrecher und dann wurde ich unweit von hier von der verdorrten hand überfallen ich habe es zwar geschafft diese dreckigen hunde zu töten aber nicht bevor sie mir ziemlich zugesetzt hatten kommt ihr wieder in ordnung ja ja ich brauche nur etwas zeit um mich zu erholen etwas zu essen und meine wunden ordentlich zu verbinden aber schiri muss gefunden werden wenn ihr nicht gekommen wird hätte ich mich gezwungen mich weiter voranzuschleppen warum sollte schiri ihre vetterin in satakalam besuchen ich weiß es nicht aber wir haben keinen anderen ansatzpunkt die gelehrte sohre war sich zwar fast vollkommen sicher dass schiri herkommen würde aber sie meinte auch satakalam wäre ihr zweitbester tipp schiri stand ihrer vetterin nicht sehr nahe aber sohre sagte sie hätte schon immer vorgehabt nahira eines tages zu besuchen was mache ich wenn ich schiri finde sie muss diesen text den sie in tavars segen gefunden hat zurück zu sohre in bergamer bringen falls ihr dazu bereit wird würde ich vorschlagen dass ihr das mädchen dorthin begleitet sie scheint ein talent dafür zu haben sich zu verlaufen okay das ist allerdings ein ganzes stück weit weg und zwar hier oben ohne ich weiß wo das ist kein keine gute gegend aber dann schätze ich mal dass wir da alles geld machen werden ja ich reite da jetzt erst mal hin werde unterwegs noch ein bisschen anseite mitnehmen und wir sehen uns dann gleich am zielort wieder und da sind wir wir können jetzt hier nicht durch preschen die frage ist jetzt wo müssen wir jetzt genau hin wir müssen das raussuchen bleibt uns wohl nichts übrig als quer durch die stadt zu laufen und unser sein und zum tag und zum tag ach so hier ist es sehr schön gut zu wissen nichts heiler du bist tot aus kein heiler wenn ihr euch vielleicht mal alle so ein bisschen mehr zu mir begeben dankeschön der da hinten hat nicht ganz zugehört was ich gesagt habe so dann ist es nämlich einfacher drauf zu hauen und wir haben eine verkleidung bekommen die sollte ich mir vielleicht auch gleich mal anziehen bevor ich rausgehe schwert kunst für anfänger hallo ich bin magierin ich brauche sowas nicht erwirkt das heft nicht haltet es fest aber flexibel in eurer handfläche das ist gut könnt ihr euch gerne durchlesen das ist ein bücherregal das nehme auch mal direkt mit hier hinten ist noch was nahiras tagebuch meine base shiri hat mir mitgeteilt dass sie mich heute besuchen kommt es hat mich ziemlich überrascht nach so vielen jahren wieder von ihr zu hören sie sucht ein paar der alten bücher ihres vaters und das macht mir sorgen shiri war immer so ein süßes kleines mädchen und ich bete dass sie nicht so geworden ist wie der rest ihrer nächsten verwandten ihr vater war ein monster und so grauenhaft dass meine mutter ihren namen geändert hat und nach satakalan gezogen ist um sich von suturas berüchtigten namen zu befreien shiris bruder uva far und alasan schienen schon immer den kranken geist ihrer eltern gear ab zu haben aber shiri war so unschuldig ich bete zu zäh dass sie sich einfach von der magie ferngehalten hat um nicht selbst in seltsamen verlockungen zu verfallen die den rest ihrer familie zu den dunklen künsten verleitet haben trotz meiner bedenken freue ich mich darauf sie wiederzusehen ja da ist einer hallöchen was ist hier passiert das ist schrecklich waren das die kaiserlichen ich hoffe shiri war nicht hier gibt es beweise dass sie hier war shiri ist die schwester von uva far und alasan die anführer der verdorrten hat aber das würde ja bedeuten dass shiri eine von ihnen ist eine nekromantel ihr meint bei den tränen von zed mit diesem text und wir haben keine ahnung wo sie ist das ist undenkbar shiri kam erst vor ein paar monaten zu mir aber sie wirkte zu engagiert natürlich war sie dass sie hat die wehren der anzei studiert wie konnte ich das nicht sehen ich hoffe wir finden sie bevor sie etwas schreckliches tut was hat shiri eurer meinung nach getan ich weiß es einfach nicht ihre brüder sind tot und wir haben zwei der wehren der anzei geborgen hat sie die dritte steht die verdorrte hand jetzt unter ihrem befehl hat sie das vielleicht sogar schon die ganze zeit es gibt so viele fragen ich werde zeit brauchen zeit die wir nicht haben habt ihr eine ahnung wohin sie gegangen sein könnte ich bin nicht sicher vielleicht die nekropole motalien die sterblichen überreste ihres vaters liegen dort ja dorthin könnte shiri gegangen sein wie komme ich dorthin es ist gleich auf der anderen seite von sata kalam sobald die kaiserlichen erst einmal aus der stadt vertrieben sind wird es leichter sein in die nekropole zu kommen wie seid ihr an den kaiserlichen vorbeigekommen es war nicht leicht ich musste mich an den kaiserlichen vorbeischleichen aber ich machte mir einfach zu große sorgen um das buch das shiri bei sich hatte ich machte mir sorgen dass die verdorrte hand es in die hände bekommen könnte doch bedauerlicherweise schien es sich schon in ihrem besitz zu befinden ja ich werde jetzt erst mal gucken was haben wir denn jetzt bekommen ich habe nämlich noch die anderen sachen da drin kaiserliche verkleidung das müsste es eigentlich sein wir sehen ein bisschen seltsam aus aber egal wir haben jetzt erlebt das dollsturz bündnis wir haben noch keine neue quest bekommen warum nicht ich dachte das wäre jetzt die quest so hier wird auch keine angezeigt auch ich liebe es wenn das wieder so komisch durcheinander ist wir müssen sie finden ist ja alles schön und gut aber da hinten läuft einer ich muss nichts erklären wie viele fackelträger sind denn hier ihr seid keine ich weiß dass wir hier später auch noch rein müssen das problem ist wir müssen jetzt erst mal eine quest finden hohe priester zu la frage ist das jetzt meine quest die wir finden müssen oder nicht wo ist denn jetzt finde ich hier nicht mehr komme ich da jetzt rum ach ja ich liebe diese stellen wenn die die eine quest nicht in die andere übergeht jetzt weiß ich nicht was ich machen soll wo ich hin soll ist er jetzt doch hier drin oder was wollte mich jetzt hier veräppeln ich denke der soll tiefer sein guten tag du hast doch sicher keine lust hier rum zu laufen natürlich läuft er jetzt hier rum sag mal jetzt doch nicht mehr oder was ja geh weiter geh weiter geh weiter nur die toten fische folgen immer dem fluss ich muss noch mal hier rein ich habe keine ahnung gehen jetzt mal einfach hier rein und gucken jetzt mal nach da ist auf jeden fall eine quest ich weiß jetzt nicht ob die uns jetzt weiterhiel der die sterne am himmel anbrachte warum nur warum hast du mich verlassen ihr tragt kaiserliche rüstung aber ich kann an eurem gesicht erkennen dass ihr keiner von ihnen seid vielleicht versteht ihr mein dilemma dann das war der schönste tempel in ganzer lique bevor die kaiserlichen kam ich weiß nicht ob er wieder hergestellt werden kann warum haben sie den tempel geschändet weil sie anhänger von molak ba sind sie spucken auf unseren glauben sie spucken auf unsere kultur sie spucken auf unsere götter sie haben nicht nur die anderen priester getötet sondern auch die gebäude geplündert alles von wert mitgenommen und den rest zerstört kann ich euch irgendwie helfen ich weiß es nicht vielleicht all diese anderen dinge können ersetzt werden aber sie haben auch die reliquien des tempels mitgenommen heilige schmuckstücke die noch aus der zeit der rovada stammen wenn ihr diese reliquien zurückholen könntet dann wäre das zumindest ein anfang ich kann eure reliquien zurückbringen wenn ihr unsere relikte bergen könnt wird mein glaube vielleicht zurückkehren und wir können den tempel wieder herstellen drei relikte fehlen sie repräsentieren körper verstand und geist das schwert von shabnam magils schriftrolle und die lampe von den sata kalam wo finde ich die reliquien leider weiß ich das nicht die kaiserlichen haben sie gestohlen und wer weiß wohin gebracht vielleicht müssen wir auf die götter vertrauen falls es ihr wille ist dass der tempel wieder instand gesetzt wird dann werden sie eure schritte lenken warum sind diese reliquien so wichtig sie sind die heiligen symbole dieses tempels alle tempel haben reliquien um die götter zu ehren aber diese sind etwas ganz besonderes für uns sie wurden vor jahrhunderten geweiht als dieser tempel erbaut wurde sie stehen für die eigenschaften der rot war donen in körper geist und seele alle priester außer euch wurden getötet ich würde gerne mit jedem von ihnen tauschen und ich habe es auch versucht ich flehte die kaiserlichen an mir das leben zu nehmen aber sie ließen mich einfach zurück sie wollten dass ich hier bleibe und unter dem wissen leide dass mein glaube wertlos ist ja ja wir haben wirklich die kaiserliche klärung an ich habe ich habe da eigentlich gar nicht mehr so richtig dran gedacht als ich den angesprochen hatte ich hoffe der typ steht jetzt er kann nicht direkt oder nee nee da ist immer am stück abstand der gerade hier oder hinten läuft darum ja muss ich so ein bisschen mit aufpassen weil der entdeckt mich ja sonst da steht auch wieder einer was mich nicht gesehen du hast mich nicht gesehen der hat mich wirklich nicht gesehen oder können wir wieder rausgehen da ist noch ein fackelträger da müssen wir auf jeden fall aufpassen ich meine ich könnte mich jetzt auch hier durch durch durchschlagen das ist klar bleibt der jetzt da stehen oder bewegt er sich noch mal entschuldigung geier ich glaube der bewegt sich nicht mehr dann gehen wir mal hier rum da hinten läuft auch noch mal ein fackelträger rum äh das können wir mal kurz looten oder das ist hier gerade so schön ähm ist das hier drin oder ist das das ist hier drin glaube ich die frage ist komme ich hier so rein ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ne der zum glück auch nicht ist das dein ernst wo kommen jetzt noch alle hin ich kämpfe mich gleich hier durch das ist das ist irgendwie schneller ey die verfolgt mich jetzt hier muss man mich hier veräppeln So, die sieht mich nicht, wenn ich schnell genug reinlaufe. So, Lampe von Dingsbums. Äh, dann haben wir... Ich kann es nicht amüsieren, Mensch. Das Schwert, das ist geradeaus so ein Tür. Wieso bin ich hier halb entdeckt? Hallo? Oh. Ja, geh weiter. Los. Okay. Uhuhuhu. Da hinten ist auch einer. Okay. Wir müssen da hoch, wo jetzt gerade der Fackelträger steht. Das ist nicht gut. Oder komme ich jetzt ganz nach oben? Ich komme ganz nach oben. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Moment. Mir wird es nicht mehr angezeigt von hier oben. Na toll. Das ist natürlich nicht das, was ich jetzt wollte. Irgendwie muss ich da hochkomme. Dann muss ich wahrscheinlich da hoch. Geh du mal ein Stück weiter. Genau. La, 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 la. Ich bin gar nicht mehr da. Sieht mich nicht, oder? Äh, und das letzte... Ja, ja, berg die Schriftrolle. Basti, hast du mich jetzt gerade erschreckt? Nein, jetzt kommt der nicht ernsthaft hier gerade wieder hoch. Ah, Leute. Ah, Leute. Jetzt bleibt er da stehen. Das war ja so klar. Dann laufe ich jetzt hier rum. So, wir müssen da rein. Ich hoffe, dass der mich hier unten jetzt nicht... Oh, willst du mich jetzt hier... Wie viele gibt es hier von den Fackelträgern? Das ist nicht euer Ernst. Nein. Bleibt aber da stehen. Okay, dann warten wir nochmal kurz ab. So, weiter geht's. Genau, du gehst jetzt mal hier weg. Das ist gut. Nein, du siehst mich nicht. Du willst auch gar nicht nach hier kommen. Du gehst mir auf und sag... So. Einmal ins Haus rein. Ich denke, wir müssen nach oben. Was war das gerade? Achso, das war das Buch, glaube ich. Mal hier rum. Ne, über mir. Okay, die sind alle gelb hier. Ob da nix dagegen, wenn ich hier mal kurz die... Die Hensen will ich nicht nehmen, hallo? Die Schriftrolle aus der Vase rausnehme. Wo sie nicht angezeigt wurde, aber egal. Wieso? Bin ich jetzt hier schon wieder halb entdeckt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Egal, wir gehen jetzt mal hier rein. Müssen zum Hohepriester zurück. Wie sind wir jetzt da hochgekommen? Hier, ne? So. Die stehen da alle, als würden sie was bewachen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die was bewachen. Weil da ist nämlich nichts mehr. So, du darfst dich jetzt gerne mal umdrehen. Genau. So ist brav. Und da gehen wir direkt wieder rein. So. Urhepriester, ich habe alles erledigt. Ihr seid zurückgekehrt? Ich kann es nicht glauben. Habt ihr die Relikte? Ja. Ich habe alle drei hier. Ich... Ich kann es nicht glauben. Ich habe gebetet und gebetet, aber... Ich spürte nur Leere in mir. Ich war überzeugt, dass die Götter mich verlassen hätten. Aber ihr... Ihr seid ihr Zeichen an mich. Was machen wir jetzt? Ihr müsst natürlich Ehrenhaft handeln. Legt die Reliquien zurück auf ihre angestammten Altäre. In Ordnung. Ich werde die Reliquien zurückbringen. Ich dachte gerade schon, ich muss die jetzt in der Stadt verteilen, aber... Wäre ja unlogisch. Hallo? Achso, da hat er das Schwert jetzt draufgelegt. Ich wollte gerade sagen, tut sich da nichts. Du Arme, der weint. Was ist denn mit dir zu Ladre? Gibt es sonst noch etwas, was ich tun könnte? Nein. Ihr habt schon genug getan. Mehr als genug. Ihr habt dem Tempel seine Schätze zurückgebracht. Diese Reliquien waren alles, was es hier gab, als der Tempel ursprünglich gebaut wurde. Und sie sind alles, was wir brauchen, um ihn neu zu errichten. Und wir haben einen gestärkten Heilstab erhalten. Und sind mit unserer Quest immer noch nicht weiter. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie wir dann hier weiterkommen. Normalerweise müsste... uns jetzt jemand entgegenlaufen. Aber anscheinend möchte das keiner. Ja. Ich kann mich zwar leise verhalten, aber das bringt mir nichts. Ich brauche eine Quest. Leute. Oh, da kommt schon wieder einer. Da kommt schon wieder einer. Moment, hier ist noch eine Quest. Oder? Boah, jetzt sagt mir nicht, wir sind hier reingelaufen, weil wir hier eine Quest hatten und haben die hier drinnen übersehen. Wollt ihr mich denn? Nein. Erst den Wächter auf der westlichen Brüstung ausschalten. Dann stürmen wir das Haupttor. Die wollen mich doch veräppeln. Das war eine ganz andere Quest. Ich wusste, dass es hier noch eine Quest gibt, wodurch wir dann wieder mit der Hauptgeschichte weitermachen, weil wir jetzt aber keine andere bekommen haben, habe ich natürlich drinnen gesucht und bin jetzt nicht nur mal rausgelaufen. Das heißt, wir werden wohl in der nächsten Folge hier an dieser Stelle weitermachen und mal schauen, ob die Quest uns tatsächlich weiterbringt. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.